Ich glaube, ich komme lieber noch mal, wenn Sie nicht so beschäftigt sind. Beschäftigt? Ich dachte schon, du sagst betrunken. In ganz Georgia gibt es nämlich gar nicht so viel Whisky, um mich betrunken genug zu machen. Wie betrunken ist denn betrunken genug? Manchmal wird das Leben einfach zu viel für manche Menschen. Das hat vor allem was mit Hirnzellen zu tun. Weißt du, mit jedem Glas Alkohol sterben tausend Hirnzellen. Als erstes sterben die Zellen, die dich traurig machen, sodass du anfängst zu grinsen. Dann sind die Gedächtniszellen dran. Die saubernde stirbt nicht so leicht. Für jeden kommt einmal die Zeit, dem Schicksal die Stirn zu bieten. Wer ist da? Nur ein Mann, der ein Plätzchen sucht, wo er seine müden Beine ausruhen kann. Ich hätte sie umbringen können da draußen. Oh nein, Sir, ich habe mich nämlich ganz gerade auf sie zubewegt. So wie sie ihre Bälle schlagen, habe ich mir gedacht, da kann am wenigsten passieren. Berger Warns, mein Name. Vom Regisseur von Der Pferdeflüsterer und in der Mitte entspringt ein Fluss. Sie haben ihren Schwung verloren. Den müssen wir jetzt wiederfinden. Das ist eine Chance, wie man sie nur einmal im Leben bekommt, Schula. Also gut, ich spiele in eurem verdammten Turnier mit. So wie man seinen Golfschläger in die Hand nimmt, so nimmt er auch sein Leben in die Hand. Da braut sich ja ordentlich was zusammen. Zehn Jahre habe ich nichts von dir gehört, nicht ein Sterbenswort. So was tut man niemandem an, den man liebt. Es ist einfach zu lange her. Nein, ist es nicht. Es war gerade eben erst. Das wird langsam richtig peinlich. Oh nein, Sir. Peinlich finde ich schon seit einer ganzen Weile. Sie wissen, dass ich nicht aufhören kann. Ich was? Wollte nur sicher sein, dass sie es auch wissen. Was war's, Edel? Was hast du an uns gemocht? Ich mochte die Art, wie wir tanzten. In jedem Einzelnen von uns steckt etwas, das nur uns gehört. Uns ganz allein. Niemand bringt es uns bei und wir können es nicht lernen. Ich kann Sie nicht dorthin führen, Jun. Diesen Ort, den müssen Sie mit Ihrer Seele suchen. Ja, der Rhythmus beim Golf ist wie der Rhythmus im Leben. Wolltest du etwas mit mir bereden? Im Augenblick ist es nämlich äußerst ungünstig. Der Rhythmus beim Golf ist wie der Rhythmus beim Golf ist wie der Rhythmus im Leben.